Hallo und Willkommen beim sechsten Part Cube Directors Cut. Es ist fünf Uhr morgens und ich habe nichts besseres zu tun als dieses Game hier zu zocken. Es ist ganz interessant und wir sind jetzt auch schon an einer interessanten Stelle angelangt und darauf wartet ja bestimmt. Vielleicht soll ich euch noch ein bisschen was erzählen? Nein, ach quatsch, komm machen wir weiter. Sie sind alle Menschen. Sie sind alle Dinge, die man verstehen und lösen kann. Es ist alles ein Teil davon. Und du denkst, die Cube ist wirklich zu spüren? Die Hangingen Wires, die Hosen in die Wurl? None of sie führt zu dir. Sie wollen nicht zu gehen. Du musst dich verlieren. Ich würde gerne wissen, ob ich in diesem Spiel sterben kann. Bestimmt nicht, oder? Weil das ist ein echt scheiß, scheiß Level. Das ist ein echt scheiß Level. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was ich jetzt gemacht habe. Aber wenn ich durch bin, dann hat sich die Scheiße. Oh mein Gott, ey. Ach, hier wird wahrscheinlich die Tür sein. Okay. Ja, das wollte ich gucken, ob ich von hier oben alles steuern kann. Weil dann fällt es für mich ein bisschen leichter, einen Überblick zu haben. Ach so, das ist eine Spiegelung, ne? Also, das haben wir. Ja, irgendwie kommt das hier unten nicht an. So, das sollte schon so sein, oder? Ja, das sollte schon so sein, oder? PURPEL PURPEL Für PURPEL brauchen wir Ich hab so was von keine Ahnung Gibt es hier einen Reset Knopf? Natürlich nicht Ja witzig dass ich Es würde da keinen Sinn machen Ach fuck ich hatte es schon längst Oh mein Gott ey Jetzt muss ich das dort hinbekommen Das hat jetzt die falsche Farbe Das heißt Ne Wir müssen das hier oben reinhauen Dann hier runter Jawoll Ja gut Wo ist es aufgegangen? Doch nicht hier Ach da unten Ach da oben Und das war wirklich Achso Alles klar das war nur so ein Podest Wo man sich hinstellen kann Um einen besseren Überblick zu haben Ja da haben die Entwickler sich was gutes ausgedacht Das freut mich So Folgen wir dem Laser Ach du Scheiße Hier brauchen wir Orange Weil geht es nur um Orange Okay Ja 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 Wäre eine Möglichkeit Die andere Möglichkeit Ja 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 Dann müssen wir das hier einfach jetzt nur drehen glaube ich So Ähm Jetzt изв toues hier hin Dann dort Dann dort dann dort ähm dann einmal hier hin und die Tür ist offen ja wir hatten es gerade ja schon gelöst deswegen ganz easy eigentlich boah sieht das nicht geil aus boah nice das sieht doch echt geil aus hey ich habe dich vermisst das link up with your wife it doesn't look like it's gonna be possible but hey you're almost on the home stretch anyway you'll get to see her soon by the way I noticed some kind of interference on your signal frequency it's probably just a wave of radiation passing by the cube I'll look into it everything you're doing is great keep doing it ok also wie bei unseren mini level müssen wir nur schauen was wir jetzt tun müssen müssen wir irgendwo den laser hin bringen ich habe hier nichts offen oder soll es eine andere Farbe bekommen keine Ahnung ja bringen wir das mal dahin erstmal ach war falsch glaube ich ne ok schon mal zurücksetzen wir müssen jetzt hier erstmal der ist so nach vorne bringen ja das habe ich zum Beispiel nicht gesehen wie soll das denn nach oben und das dort kommen ach da okay das muss man auch erstmal sehen dass da überhaupt so ein Loch drinnen ist die Tür hinten ist wieder zu schauen wir mal die Tür ist wieder hinter uns zugegangen wir können da oben noch hin ich hätte gedacht ein Bonuslevel oder so anscheinend nicht man hängt da fest man hängt da fest man hängt da fest ah ja da kommen wir jetzt nicht mehr hin schade wir müssen hier irgendwie den laser hinbekommen das geht irgendwie nicht oder wir müssen das jetzt tun ach ok na gut alles klar wir müssen das jetzt machen wir müssen das erledigen hier das ist der erste Kabel ganz zufälligerweise sehen wir hier das Kabel genau und hier genau hier fehlt Glas das ist natürlich nur zufällig so ach jetzt funktionieren alle Reset da Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt haben wir den Laser hier vorne. Der geht dann nach Dorten. Und dann ist hier eine Tür auf. Jawohl. Oh, wuhu. Wuhu. So, déjà vu. So, was ist hier denn los? So, was ist hier? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schauen wir ob es so funktioniert Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So... 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 Ja, schon ein bisschen schwieriger muss ich sagen So... So... Und... Und... Okay... Okay... Das verstehe ich nicht immer ganz... Ja, wieso die hier am Rumpacken sind... Nee... 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 Shit... Dann können wir vergessen... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018